hallo leute locks gameplay meldet sich wieder zurück der kanal ist frisch aufgedröselt neues design neues equipment und wir möchten mit euch jetzt neu starten mit neuen serien im sega fußball manager vor allen dingen in live streams mit dem ea sports manager und mein nächstes projekt soll jetzt eine livestream karriere sein wo ihr mit entscheiden könnt und dabei sein könnt und eure erste aufgabe ist auch schon direkt die vereinsauswahl ich möchte mit euch direkt in einer woche kommenden mittwoch starten und werde dazu jetzt hier eine abstimmung abhalten wo ihr in der infocard euren verein auswählen können mit dem ich in der nächsten session starte also nicht vergessen einmal den verein auswählen in der abstimmung und dann sehen wir uns nächste woche zum stream naja ich hoffe kommt was geiles bei rum ich freue mich schon tierisch auf ein gutes neues jahr bis dann euer lox